Norddeutscher Rundfunk 2021 Ja, gut. Gut. Gucken wir, was die Soße macht. Ja, ist gut. Oh ja, oh na. Was schon wirklich nicht schmack ist? Ja, so viel Salz muss gar nicht. Also ein bisschen Salz noch? Pfeffer. So viel Chili ist nicht? Nee. Salz, Pfeffer. Süße hat's genug, ne? Weiß ich nicht. Ich könnte so ein bisschen... Ich mag's ja gerne süß, aber... Oh, Entschuldigung. Ja, ich auch. Wir können gerne ein bisschen Rohrzucker nachkippen. Oder hast du Agare? Ja. Obwohl hier eher doch der Rohrzucker, oder? Agare machen wir in Salat dann. Agare ist aber auch geil. Ja, das ist mir jetzt nicht so wichtig, wenn du Bock drauf hast... Ja, komm. Ein bisschen elegante Süße. Ja, komm. Zitronenablieb vielleicht ein bisschen. Zum Schluss, zum Abschmecken. Alles klar. Und da hab ich immer das Gefühl, das muss frisch... Das ist nur so zum Ende zum Abschmecken immer geil. Okay. Wird das vielleicht sonst Bitterrauch oder so? Eigentlich nicht. Aber sowas? Kann schon rein, glaube ich. Viel, ne? Ja, komm. Ja, komm. Der Konsens. Der Konsens ist der größte Normensens. Der Konsens ist der Platz. Wir packen... Wir packen... Packen für Berlin. Der ist nicht eben zu schmal. Aber ich dachte, der... Helge... Mega nice! Mega nice! Mega nice! Oh yeah! See ya! Oh yeah! Schreis Geschichte An jedem Tag 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 Hallo, hier ist Sebastian Matzen Hallo Na, guten Tag! Du, wir stehen hier in dem Tunnel von dieser Baumaus Bar Sollen wir hier bleiben oder von der anderen Seite rein? Ja Wir haben bis jetzt nur zwei Konzerte in Österreich gespielt, oder? Das ist so, habe ich richtig verstanden Ja Aber, ihr seid alle topfit Ja Aufgeregt! Aufgeregt! Echt, ja? Ja, voll Warum? Weil der Huxleys ist ja jetzt auch nicht so riesig Na ja, ist aber schon dafür, dass wir acht Monate gar nicht gespielt haben Und in Österreich auch eher kleinere Leben Und in Österreich auch eher kleinere Leben Ist das schon Ich fand auch, der sah jetzt auch nicht so klein aus, der Laden Ne Heute hier im Huxleys in Berlin Huxleys Neue Welt Und wir haben tatsächlich hier noch nie gespielt Und ich habe mir jetzt schon erschrocken, wie groß der Laden ist, als wir reingekommen sind Aber, ähm, das wird gut End war Still Dánh D D D Oh D D D D D D D To the processes I need you to finish Hey, let's play a song. So, Berlin actually. Jetzt geht's los. Alle da, alle da, außer Kampfshaus, Eltern sind da, Management hat sich sogar auflegen lassen. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.